Hallo ihr Lieben, es freut mich sehr, dass ihr mich heute auf meinem YouTube-Kendle besucht. Heute möchte ich euch gerne die neue Denta Big Sonic vorstellen. Ich habe im Internet nach einem Zahnreinigungssystem für zu Hause gesucht. Das ist sie übrigens. Und auf der Homepage vom Mediashop bin ich fündig geworden. Hier hat mich die Beschreibung des Geräts total angesprochen. Es wird eine sanfte Zahnreinigung und ein Gefühl wie nach der Mundhykene beim Zahnarzt versprochen. Auch der Preis und die schnelle Lieferzeit waren ein positiver Aspekt. Der Bestellvorgang war sehr einfach. Ich konnte mit Kreditkarte bezahlen. Innerhalb von zwei Werktagen habe ich die neue Denta Big Sonic dann zu Hause gehabt. Ah ja, und der Versand war gratis. Das Paket habe ich bereits geöffnet. Und den Rest hätte ich mir gedacht, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das ist sie, ich habe es euch eh gerade gezeigt. Ich glaube, ich brauche gar keine Schere, aber ich kann das da hinten gleich aufreißen. Ah ja, also dann haben wir mal die Bedienungsanleitung. Ich glaube, hier ist es, bei so einem Gerät ist es ganz wichtig, dass man die Bedienungsanleitung auch liest. Ja, dann haben wir hier den Mundspiegel. Die Silikonspitze, das ist ganz weich. Das ist die Denta Big Sonic. So, jetzt kenne ich mich aus. Es hört sich alles sehr gut und sehr einfach an. Ich denke, wir können jetzt mal zum Praxistest übergehen. Ich würde euch gerne mitnehmen und wir sehen uns dann im Badezimmer. Bis gleich! So, wir sind im Badezimmer. Ich habe hier jetzt mal eine 3A-Batterie reingeschoben. Das war überhaupt kein Thema, das habe auch ich zusammengebracht. Ich habe den Edelstahlaufsatz jetzt da drauf, der ganz stark für den Zahnstern noch ist. Den sagen wir bitte aber nur einmal pro Woche anwenden, habe ich in der Beschreibung gelesen. Wenn man da einmal auf den Startknopf drückt, kommt das ledig. Zweimal fangt es an zu vibrieren. Ja, ich hoffe halt ganz einfach, dass ich da jetzt mal mit dem Aufsatz diese gelben Stellen zwischen den Zähnen entfernen kann. Ja, also das fühlt sich jetzt schon mal sehr gut an. Jetzt habe ich gedacht, ich wechsle mal die Aufsätze. Also ich möchte jetzt gerne den Silikonaufsatz verwenden. Diesen kann man täglich nehmen, den kann man wirklich in die tägliche Mundhygiene einbauen. Ja, der ist auch ganz weich, das habe ich glaube ich vorher eh schon mal gesagt. Und ja, schauen wir mal, ob ich meine ganzen Verfärbungen dabei zweckartieren kann. So meine Lieben, jetzt bin ich wieder da. Ich habe jetzt ca. 5 Minuten meine Zähne gereinigt. Die Handhabung der Tenderpix Sonic ist sehr, sehr einfach. Sie liegt super gut in der Hand. Die Reinigung von den beiden Aufsätzen war überhaupt kein Problem. Und auch die Reinigung meiner Zähne war weder mit dem einen noch mit dem anderen Aufsatz schmerzhaft. Gott sei Dank. Ich muss ehrlich sagen, die Tenderpix Sonic hat mich sehr beeindruckt. Meine Zähne fühlen sich total glatt an. Fast wie nach einer professionellen Mundhygiene beim Zahnarzt. Was ich super finde ist, dass ich jetzt wieder jeden Zahn einzeln spüren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt. Eine farbliche Veränderung kann ich bei meinen Zähnen jetzt noch nicht feststellen. Ich denke aber, nach der ersten Anwendung wäre das vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Ich auf jeden Fall werde dranbleiben und mit dem Silikonansatz die Verfärbungen versuchen wegzugartieren. Mein Fazit lautet, die Tenderpix Sonic ist eine sehr günstige und gute Alternative zur Zahnhygiene. Ich werde sie in meine tägliche Mundhygiene einbauen. Und eine genaue Beschreibung inklusive Link zum Produkt findet ihr im Textfeld. Ich freue mich, wenn ihr mich bald wieder auf meinem YouTube-Kanal besucht. Und wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020